Du musst die Fallen scharf machen. Such nach den Dampfschlitzenden Boden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich weiß jede hilfe zu schätzen zwischen dem baby und diesen maskierten anal dildos krieg ich kaum noch schlaf hier hoffentlich kann die neuen fallen die arschmorden heute fernhalten aber das ist dann mein problem du hast mir geholfen hier ist eine belohnung Probier mal perks und mein ganz privater party schnapps das ist die eiserne reserve Ist nur für die besten freunde und für besondere amigas wenn du verstehst Ich hätte dich vielleicht waren sollen das war reines etanol für fahrzeugmotoren Ich vergesse manchmal dass nicht jeder gerne so hart feiert wie herrkundig Werfen aber das sind einfach zu viele für uns allein Schalte diese pisse aus egal wie dass sie nicht die fallen kaputt machen die fallen sollen die kaputt machen das ist ein ausgefeiltes system Lass dich von der besten musik antreiben die jemals erschaffen wurde und schick die prassen in den disco himmel Da kommen sie Hilfst du Mami die bösen Buben in die luft zu sprengen bläht? Drück auf den Knopf! Genau so Kumpel! Ich bin so verdammt stolz auf dich! Ich glaub ich muss gleich weinen! Richtig du mein Kleider! Hol sie dir! Richtig du mein Kleider! 좀v Adv 105 Josias 05Go 08 guidance model 5 Meine kleine Kack-und-Killer-Maschine! Dynamik, flieh! Ich fetzle die Stelle! Mach's dir doch nicht gemütlich! Von hinten kommt gleich die nächste Welle! Ja, la stampfer, Bennett! Meine kleine Kack-und-Killer-Maschine! Die 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 Kack-und-Killer-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine-Maschine- die ich für dich aufgebe. Ich kann dir doch nicht mal böse sein. Du bist so verdammt niedlich. Und was hat er? Ich gehe runter. Ich gehe zu der riesigen Klasse da. Was ist das, was ihr merkt? Achtung, du Ripping, renn! Raus, da unten! Meine kleine Kacke und Killer-Maschine! Wir haben ein Ohr verloren. Noch eins dürfen wir nicht verlieren. Das ist einfach nur so gut, gut, gut! Richtig so, mein Kleiner! Hol sie dir! Weißt du, wenn ich so drüber nachdenke, dann... Das ist kein guter Ort für ein Baby. Wirklich nicht gut. Überall verrostetes, scharfkantiges Metall, Schwefeldämpfe. In Prosperity wären wir wahrscheinlich besser aufgehoben. Ich ziehe mit meinem Laden dahin. Komm vorbei, wenn du was zum Böllern brauchst. Na, wenn du was zum Böllern brauchst! Ich bin wirklich glücklich. Da muss ein Bär! Sharky Bojan! Denkst du bist schlau, was? Uns hier in so kleine, süße Fallen zu locken, unsere Leute zu killen. Fühlt sich bestimmt so an, als würdest du uns damit wehtun, aber falsch gedacht. Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Mir ist wichtiger, dass du echt glaubst, du wärst schlau. Wenn ich dich kriege, nicht dir dein Urschloch zu, dann weißt du, dass du nur voller Scheiße bist. Oh mein Gott! Untertitelung des ZDF, 2020